Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Thermik-Prognosen-Seminar oder Online-Webinar mit der Burn-a-Map. Ich freue mich riesig. Ich bin auch sicher, dass im Moment einige Leute da zuschauen werden, die die Prognose schon kennen, aber andere auch, die sie vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich freue mich also wirklich auf diesen Abend. Ich kann aber auch sagen, ich hatte kurz vorher noch einen Absturz des PCs. Ich hoffe also, dass alles nun sehr, sehr gut läuft. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Bernie Herz, bin Gründer von Burn-a-Map und somit auch dieser Burn-a-Map, um die es heute Abend geht. Ich möchte zuerst einige informative Dinge loswerden und danach gehen wir direkt in die Thermik-Prognosen. Und zwar das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist das Thema Fragen. Fragen könnt ihr jederzeit, und zwar unten rechts im Chat, der wird schon auch sehr, sehr aktiv benutzt. Und da könnt ihr eure Frage eintippen, und dann kann ich sie hier einblenden. Die erste Frage, die ich schon gesehen habe, kommt von Victor. Und Victor hat gefragt, ist diese Aufzeichnung später verfügbar? Ja, das wird sie sein auf diesem YouTube-Kanal. Also soviel zum Thema Fragen. Dann das nächste Thema, und das möchte ich auch von vornherein schon zeigen. Und zwar geht es hier um Burn-a-Map-Abos. Die Burn-a-Map an sich hat schon sehr, sehr viele kostenfreie Bereiche, wie zum Beispiel Fluggebietsinfos, Windwerte oder auch Startplatzprognosen für den heutigen Tag. Auch Lufträume, sogar das Live-Tracking auch, dass man das Live-Tracking sogar einschalten kann, ist kostenlos. Dann gibt es ein Basic-Abo, da ist also alles, was wichtig ist, was man irgendwie braucht. Also Startplatzprognosen sind da drin, die Wetterprognosen, auch Heiken-Fly-Startplätze, Luftraumfinger und auch die Talwind-Systeme. Und eben auch die Burn-a-Go-App für Android. Und dann gibt es noch das Premium-Abo, da geht es ums Thermik- und Streckenfliegen. Dort sind dann dabei die Thermik-Prognosen, Streckenflugplanen, Routenwetter, Live-Tracking-Gruppen und so weiter. Und das ist genau ungefähr das Thema. Super. Dann möchte ich bereits hier reingehen. Und zwar möchte ich hier reingehen in das Thema Thermik-Prognosen. Ich habe übrigens Boris, deine Info, gesehen. Ich habe kein Echo und die Mehrheit hat offensichtlich auch kein Echo. Also danke für den Hinweis. Offensichtlich im Moment alles soweit gut. Und nun kommen wir zu den Thermik-Prognosen. Wenn ihr auf die Burn-a-Map geht, so, und hier in der Ansicht auf Thermik-Prognosen wechselt, hier Thermik-Prognosen, dann seht ihr als erstes diese Ansicht, die hier im Hintergrund vor mir ist. Und zwar seht ihr hier schon mal ganz viele Farben. Und diese Farben haben alle eine Bedeutung. Und das möchte ich euch nun als allererstes erklären, um zu zeigen, um was geht es hier eigentlich. Wir gehen also rüber. Und schauen uns zuerst diese Farben an. Rot ist nicht empfohlen. Also das sind Tage, wo man für gewisse Bereiche, also diese Regionen, eben Gefahren sieht. Das heisst nicht, dass man dann nicht fliegen kann. Man kann unter Umständen sogar gut fliegen. Vielleicht ist sogar die Thermik stark. Aber es hat irgendwelche Aspekte, die eben gegen einen Flug an dem Tag sprechen. Das heisst, es braucht ein vertieftes Briefing, wenn man dann fliegen möchte. Natürlich, man macht immer ein Fluggebiets-Briefing. Aber in dem Fall braucht man wirklich eine Zusatzinfo. Und da werde ich später noch darauf eingehen. Dann grau. Das ist, wenn es keine Thermik hat oder eben viel Wind. Also wenn man zum Beispiel Sohren kann oder eben Abgleiter machen, weil es viel Bewölkung hat, viel Wind und so weiter. Dann gibt es Gelb. Und das ist eigentlich schon mal der erste Schritt. Und das sind regionale Thermikfrüge. Das sind Tage, wo man eigentlich schon mal rausgehen sollte, wenn man kann. Und dann gibt es grün. Grün sind Tage, wo man Strecken fliegen kann. Und bei hellblau, also dieses babyblau quasi, da geht es dann darum, da kann man fast unbeschwert fliegen. Das ist eigentlich die Idee von dieser Klassifizierung. Also von rot über grau, dann gelb, grün und blau. Aber generell lässt sich wahrscheinlich sagen, dass man so ab grün oder sicher hellblau mal den Arbeitgeber fragen sollte, ob man fliegen gehen kann. Jetzt möchte ich etwas genauer auf diese Themen eingehen. Und zwar das Erste, was ich euch erklären möchte, ist das Thema Bedienung. Wie funktioniert das überhaupt? Und für das gehen wir am besten kurz auf den PC. Das Erste ist, wie gesagt, man wählt hier oben die Ansicht. Und dann findet man diese Regionen. Diese Regionen, die sind dann unterteilt. Also die gesamte haben wir hier eine Region und so weiter. Man sieht das sehr, sehr schön an diesen Grenzen. Dann kann man draufklicken und findet die Detailinformationen von dieser Region. Man kann auch den Tag wechseln, also indem man hier unten auf einen anderen Tag geht. Zum Beispiel morgen. Wenn man jetzt das kurz anschaut, dann sieht man sehr schnell, morgen ist vielleicht nicht der optimale Flugtag. Ich komme auch später noch darauf zurück. Dann sagen wir Mittwoch. Auch da sehen wir vielleicht nicht optimal. Ich habe jetzt hier im Fokus etwas Schweiz, etwas Österreich, so ein bisschen in die Richtung. Was ich auch sehe auf diesem Bildschirm, sind diese farbigen Punkte hier. Also unterhalb des Namens ist es grau, dann rot, rot, grün und so weiter. Das ist heute, morgen, übermorgen, überübermorgen. Wenn ich jetzt also hier klicke, dann sehe ich, okay, wir haben hier einen Tag, nämlich den Freitag. Da sieht es gemäss aktueller Prognose wirklich sehr, sehr hübsch aus. Natürlich, wir sind noch relativ weit weg. Das sind viele Tage im Voraus. Und generell lässt sich sicher sagen, dass so zwei Tage im Voraus werden die Prognosen immer besser, also im Sinne von immer genauer. Wenn man so weit in die Zukunft schaut, dann ist es manchmal noch etwas Kaffeesatzlesen. Aber trotzdem gibt es sicher eine Indikation, in welche Richtung es gehen kann. Also das mal zur Grundlagenbedienung. Und nun möchte ich schon etwas zeigen, was die wenigsten von euch wissen. Und ich denke auch, wir haben das noch selten demonstriert. Und zwar, wenn ich wissen möchte, wie war es dann gestern zum Beispiel, kann ich hier aufs Datum klicken. Natürlich auch in der iPhone bzw. App, also Android-Version, kann ich hier draufklicken und kann zum Beispiel den gestrigen Tag wählen. Und so kann ich dann sehen, was waren die Prognosen für gestern, also der letzte Rechenstand für gestern. Und so kann ich eigentlich zwischen den verschiedenen Prognosen, also der Vergangenheit und der Zukunft hin und her wechseln und kann so auch etwas lernen, wie funktioniert das Ganze, was wurde angesagt und was wurde effektiv geflogen. Und so kann ich das etwas auch in Zusammenhang bringen. Dann möchte ich etwas spezifischer auf das Ganze eingehen. Und zwar möchte ich als erstes kurz noch die App-Version zeigen. Für das wechsle ich ganz kurz hier rüber. Wir sehen hier vor uns, das ist die iPhone-App. Also ich habe hier einfach die Burn-a-Map-App aufgemacht und habe hier genau dieselben Informationen, auch wieder mit den Farben, auch wieder mit den Regionen. Und ich kann unten auch entsprechend diese Tage wählen oder diese entsprechenden Daten, die ich dann gerne hätte. Das funktioniert also identisch. Auch das Draufklicken funktioniert einwandfrei und das Ganze ist sehr, sehr mobilfreundlich. Und nun möchte ich euch etwas zeigen, wie das Ganze aussieht. Und zwar sehen wir hier eine Detailansicht einer Prognose. Ich möchte etwas durchgehen. Wir haben zuerst ganz oben, und ich könnte das auch kurz zurückschalten auf das App hier, da sehen wir oben die Grau, Rot, Rot, Grün, Rot, diese entsprechenden Knöpfe. Das sind also die Tage, die entsprechenden Tage und die Bewertung dieser Tage in diesen Farben. Dann sehen wir als nächstes, sehen wir die, hier, genau, sehen wir die Regionen-Namen, also diese Namen, die ihr auf der Karte findet, und auch das Produktionsdatum, also wann wurde dieser Lauf gerechnet. Dann ist das gefolgt von dieser Tagesbewertung. Also wann ist es eben gut und wann nicht. Das ist einfach die ausgeschriebene Farbe quasi. Also normalerweise hätte man dann Rot oder eben Hellblau, wie in diesem Fall, und dann steht entsprechend, was wir darunter verstehen. Dann kommt als nächstes die Halbstundenbewertung. Also wir haben einerseits die Farbe für den Tag, aber wir bewerten jede halbe Stunde, ob die gut ist oder eben wie gut die ist, in diesen Farben Grau, Rot und dann Gelb, Grün und Hellblau. Dann geht es weiter in den Bereich Wolken. Also das sind die Nichtkonnektiven, also die flächigen Wolken, wie zum Beispiel Cirrus, generell Stratusbewölkung und so weiter, aufgeteilt in Hoch-, Mittel- und Tief. Wir gehen da später nochmals etwas näher darauf ein. Als nächstes kommt, ich nenne das immer das Mickey Mouse Icon, oder die Mickey Mouse Wetter-Icons. Das sind einfach die Wetter-Icons, zum Beispiel Sonne. Oder wenn ich hier kurz auf die aktuelle Prognose schaue, dann sehen wir hier sehr gut die verschiedenen Icons. Einmal mit dunklerer Bewölkung, einmal Vollbewölkung und einmal so ein bisschen Sonne. Übrigens hier auch gut sichtbar, ungefähr auf dieser Höhe hier, sehen wir die entsprechenden Wolken, Hoch-, Mittel- und Tief. Also hier im Verlauf des Tages zunehmend Zirrenbewölkung. Das ist eben die Prognose von gestern Montag, Ostermontag. Dann gehen wir weiter zu den Detailprognosen. Und da möchte ich noch später etwas genauer darauf eingehen. Das ist eigentlich der Kern dieser Thermikprognose. Dann gibt es weiter unten noch spezifische Hinweise. Also diese sind quasi, was dem Algorithmus, also unserem Algorithmus, nicht so gefällt an diesem Tag. Das wird dort hingeschrieben, da gehe ich noch darauf ein. Und dann haben wir ganz unten nicht sichtbar, jetzt hier noch die Statistik. Wenn wir uns nun etwas näher auf diese Detailprognose fokussieren, nämlich diesen Bereich hier, dann sieht man unten mal die Uhrzeit. Diese Uhrzeit ist in Lokalzeit. Also wir sehen, das beginnt bei 6 Uhr und hört auf bei 21 Uhr. Das hängt ab von den Tagen. Also je nachdem, wie lange der Tag ist, ist auch entsprechend dieser Balken etwas kürzer, oder länger im Winter natürlich etwas kürzer, im Sommer etwas länger. Dann das Nächste ist die Vertikale. Also über diese Höhe sehen wir 1000 Meter, 2000, 3000, 4000 Meter. Also das ist quasi die Höhe von diesem Thermikmodell. Also wir haben die X-Achse, ist die Uhrzeit, die Y-Achse ist die entsprechende Höhe. Dann, das Wichtigste, die Thermikstärke. Und dort ist es so, das ist farblich kodiert. Je roter, desto stärker ist die Thermik. Wir sehen links auf dem Bildschirm auch die entsprechende Auflösung, also von 0 bis 4,5 Meter pro Sekunde. Das sind immer integrierte Steigwerte. Das Eigensinken von ungefähr einem Meter ist bereits abgezogen. Dann sehen wir als nächstes die Wolken, also die konvektiv entstandenen Wolken, die Cumuluswolken. Man sieht einerseits, wie dunkel das die sind. Also die werden dann, wenn es zum Beispiel 8 Achtel ist, sind die sehr dunkel. Und wenn es wenig Wolken hat, wie jetzt hier, sieht man etwas links, ist es heller und dann wird es etwas dunkler. Also das ist relativ einfach zu sehen. Wir sehen einerseits also diese Achtel und wir sehen aber auch die Wolkenuntergrenze, also die Basis konkret, und eben dann die Wolkenobergrenze. Und als letztes, und ganz, ganz wichtig, gerade für solche Thermikflüge, diese Violetten oder rosafarbenen Balken, das sind Inversionen. Und das sind typischerweise Gebiete, wo eben die Thermik und damit auch ihr nicht durchkommt. Und das werden wir später im Praxisteil noch genauer anschauen, weil das ist sehr, sehr wichtig, wenn ich nämlich eine Inversion habe und ich nicht durchkomme, muss ich entweder drunter bleiben und diese Thermiknutzen, die drunter entsteht, oder drüber fliegen und die Thermiknutzen, die eben drüber steht. Dann gehen wir eins weiter. Und zwar sehen wir hier noch den Wind, den Wind in den verschiedenen Höhen oder über die verschiedenen Höhen, über die Tageszeit. Das alles am Referenzpunkt, da komme ich später noch darauf zurück. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, diese Daten, die kommen von RecTerm. Das kennt ihr vielleicht, oder AlpTerm kennt ihr. Das sind alles dieselben Modelle dahinter, nämlich eben dieses RecTerm. Wir haben aber einfach unsere Aufgabe gemacht, dieses einerseits sehr, sehr gut zu visualisieren. Also wenn wir das nochmals kurz hier anschauen, auf dem Handy, dann sehen wir hier eine wunderschöne Visualisierung. Man sieht auch, man kann zum Beispiel hier lange draufdrücken, dann zoomt es nochmals rein. Das ist wirklich super easy, einfach mit dem Finger irgendwo draufdrücken und dann zoomt es entsprechend rein. Dann kann man auch solche Infofenster dazufügen, also dass man, vielleicht weiss man nicht genau, was etwas ist. Kann man mit der Maus oder mit dem Finger drüberfahren und so gibt es einige Interaktionsmöglichkeiten. Jetzt haben wir das einerseits für das Mobil optimiert und natürlich auch für den PC und andererseits eben unseren eigenen Algorithmus drüber geschrieben. Und dieser ist mittlerweile einigermassen zuverlässig, vor allem in der näheren Zeit. Dann gehen wir hier kurz rein und zwar schauen wir mal an, wie dieser Burner-Algorithmus eigentlich funktioniert. Wir haben also einerseits eine Bewertung, und zwar jede halbe Stunde, die entsprechend bewertet wird. Dann schauen wir sicher die Thermikstärke an, wir schauen den Wind an in diesem Algorithmus, wir schauen den Niederschlag an, wir schauen die Bewölkung an, die Arbeitshöhe und noch viele mehr Parameter. Es sind etwa 40 Parameter, die einfließen in diese Bewertung. Und damit haben wir wirklich eine relativ hohe Treffsicherheit. Wir haben dann diese entsprechenden Farben, also eben Rot, dann Grau, Gelb und Grün. Und am Schluss, das Beste ist quasi das Hellblau. Und das setzt sich so zusammen, dass wir eben 2 als Punktezahl, ist das Minimum und 10 ist das entsprechende Maximum. Wenn wir uns nun eine halbe Stunde mal rausnehmen und das etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir einfach, wenn wir all diese Faktoren bewerten, wie ich eben oben gesagt habe, dann ergibt sich daraus, in dem Fall jetzt, wir haben wenig Wind, wir haben genug Thermik, wir haben eine schöne Arbeitshöhe und so weiter, ergibt sich dann 10 Punkte und somit Hellblau. Wenn wir das jetzt als Gesamtalgorithmus noch ein bisschen anschauen, dann haben wir einerseits 4 verschiedene Tage. Wir haben zum Beispiel Tag 1, das ist ein Regentag. Da regnet es, es hat Niederschlag. Und mit Niederschlag gibt es sofort, wenn es wirklich richtigen Niederschlag hat, gibt es einfach mal 2 Punkte und eben nicht 10. Also könnt ihr euch vorstellen, Niederschlag ist sehr hart, weil wenn es wirklich regnet, können wir nicht fliegen. Auch Thermikstärke hat es an diesem Tag nicht, die Arbeitshöhe ist tief und so weiter. Also das ist sicher ein Tag, wo man am Schluss, also Endresultat, eine 2 kriegt. Am Tag 2, wunderschöner Tag, es hat keine Bewölkung, es hat gute Sonne und so weiter. Aber vielleicht ist die Schichtung nicht ideal und somit ist dann die Thermikstärke nicht so gut und die Thermikstärke ist dann nur eine 6 und eben nicht eine 10. Und somit ist der gesamte Tag dann auf, oder diese halbe Stunde und vielleicht dann der Tag, auf diese Nummer 6, also eben auf mässig oder auf regionales Thermikfliegen abgewertet. Tag 3, da gibt es keine Einschränkungen. Wir haben wenig Wind, wir haben keinen Niederschlag, wir haben gute Thermik etc. und all dieses gibt dann eine Zahl 10, also immer die tiefste Zahl, die eben zählt. Dann haben wir noch Tag 4, da wäre zum Beispiel kein Niederschlag, wir haben keine Bewölkung, wir haben aber viel Wind, aber auch viel Thermik. Und dort ist es so, dass dann eben, wenn der Wind über gewisse Werte geht, eben über die gesamte Vertikale, dann wird der Tag ebenfalls abgewertet und in dem Fall gäbe es dann eben nur noch lokales Soaring oder in dem Fall vielleicht abgleiten, je nach Tageszeit. Also so funktioniert das. Wie gesagt, es sind natürlich jetzt nicht alle Bewertungen mit drin, aber ich denke, man hat so eine gute Übersicht, was passiert, bei welchen entsprechenden Bedingungen. Also ihr seht, es ist relativ komplex, denke ich. Dann gehen wir hier noch auf die spezifischen Hinweise ein. Und zwar, wenn man auf der Thermikprognose ist und einfach ein bisschen runterscrollt, kommen dann eben diese spezifischen Hinweise. Und die sind spezifisch für diesen Tag und für diese Region sind die geschrieben. Also geschrieben ist automatisiert. Und jetzt in dem Fall sagt er hier, man soll beachten, die Wetterphänomene, man soll die Wolkenprognose genau anschauen und man soll unbedingt den Regenradar während dem Flug oder auch vor dem Flug und nach dem Flug anschauen. Zusätzlich ist zum Beispiel jetzt in dem Fall, ist die Basishöhe nicht hoch genug. Und somit sagt er, okay, man soll aufpassen, dass man vielleicht einen Startplatz wählt, wo eben die Basis auch tiefer sein darf. Also nicht, dass man eben Regionen wählt, wo man vielleicht immer hoch sein muss. Also da ist ein Hinweis, auf was man dann achten sollte an dem jeweiligen Tag. Und es soll eben eigentlich Tipps geben zum eigenen Briefing. Beispiele dafür sind sicher bei überregionalem Wind. Wenn es viel Wind hat, dann kommen hier Hinweise rein. Wenn es irgendwelche Wetterphänomene hat, eben Gewitter und so weiter, kommt das hier rein. Oder wenn die Basishöhe tief ist oder zum Beispiel wenn Föhn ist. Bei diversen Gebieten ist es so, dass eben so ein Föhn-Thema drin ist. Nun hatten wir schon erste Fragen und ich möchte die gerne beantworten. Und zwar gehe ich mal kurz hier auf die Fragen rüber. Wir haben eine Frage von Uditor. Funktioniert das auch im Flachland oder im Mittelgebirge? Ja, das funktioniert auch dort. Zumindest nach unserer Erfahrung, so bis jetzt. Da ist es einfach wichtig zu verstehen. Wir haben die Regionen, sind quasi, wie soll man sagen, klassifiziert, ob es eine Bergregion ist oder eine Flachlandregion. Und eine Flachlandregion erlaubt zum Beispiel etwas mehr Wind als eine Bergregion. Das haben wir jetzt über die Jahre justiert, wie viel das es wo erträgt. Weil wir machen sehr, sehr viele Abgleiche mit realen Flügen und schauen, ob das stimmt oder nicht. Und machen dann Anpassungen. Dann haben wir eine Frage von Lena. Kann es sein, dass die Vorhersage in der weiten Zukunft eher optimistischer ist und dass am aktuellen Tag die Farbe sogar oft runtergeschraubt wird? Ja, das kann sein. Es ist möglich, dass es am Anfang etwas noch optimistischer ist. Das liegt daran, dass manchmal die Wettermodelle etwas optimistischer sind. Das hängt stark von dem Wettermodell ab, also dem ICON EU. Und das kann sein. Es gibt es aber auch in die andere Richtung. Und dass es durch den Tag nochmals etwas hoch oder runter gestuft wird, das kommt davon, dass man im Verlauf des Morgens noch die echten Wetterdaten mit reinrechnet. Also nicht nur Prognosedaten, sondern echte Wetterdaten. Es kann manchmal sein, dass man noch etwas mehr Feuchtigkeit oder etwas tiefere Temperatur oder was auch immer oder in der Schichtung noch Änderungen gibt, dass es eben dann eine Veränderung gibt, dass die Farbe dann noch ändert. Das heisst aber nicht, dass es, also meistens ist es nicht grundlegend anders. Es kann natürlich sein, dass es mal von grün nach gelb wechselt. Das passiert manchmal, ist auch manchmal ein Frust. Und trotzdem, denke ich, sollte man dann in den Plänen festhalten und sagen, okay, es passt trotzdem, auch wenn jetzt vielleicht die Basis noch etwas tiefer ist, als sie gestern noch erwartet wurde. Weil manchmal ist zum Beispiel eben der Startplatz, den man nutzen will, ist eh tief genug oder die Region, wie man fliegen will und so weiter. Trotzdem sollte man es nochmals anschauen am Morgen und dann überlegen, macht es wirklich Sinn, den weiten Weg allenfalls zu gehen oder nicht. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Und zwar, wo werden die Basistaten für die Modellberechnung bezogen? Darauf komme ich später nochmals zurück, aber kann es jetzt schon sagen. Das ist die ICON EU als Basismodell und danach kommt das REC-Term drüber. Also das ist eben dieses bekannte Modell, was das gesamte Relief mit einbezieht und auch die Talwindflüsse und so weiter. Das ist also wirklich ein komplexes Modell, das ist nicht in den Wettermodellen drin, sondern es wird wirklich der gesamte Thermikfluss wird berechnet, entlang der Hydrologie und so weiter. Also als Basis ICON EU, dann das REC-Term-Modell und dann unser Algorithmus, der Burner-Algorithmus obendrauf. Sirin fragt noch, wann kommt die Go-App für iOS? Ein ganz anderes Thema. Das kann ich allenfalls am Schluss noch beantworten. Nun würden wir schon weitermachen und zwar für die Leute, die das schon etwas besser kennen, ist es so, da kommt immer wieder eine Frage und zwar PFD. Das ist die potenzielle Flugdistanz oder Potential Flight Distance. Und diese Frage kommt ganz häufig. Der PFD-Wert ist hoch, aber die Burner-Prognosen sind rot oder Burner ist hellblau, aber PFD ist tief. Es gibt dazu einen guten Help-Artikel und zwar mit dem Titel Warum sind die potenziellen Flugdistanzen der Thermik-Prognose teilweise konträr zu den Farben der Burner-Thermik-Prognose. Jetzt, ich möchte es trotzdem kurz zeigen. Und zwar, wenn ich hier rübergehe, dann kann ich die sogenannten PFD-Werte hier sehen. Wenn ich nämlich auf der Karte eine Stufe jetzt rauszoome, dann kommen die entsprechenden PFD-Werte, also hier diese kleinen Zahlen. Wenn ich also zum Beispiel auf gestern zurückgehe, dann habe ich die entsprechenden PFD-Werte, die da vorhanden sind. Also das sind eben diese potenziellen Flugdistanzen in Kilometer. Ich persönlich halte nicht so viel von denen, aber es gibt Leute, die extrem Fan sind davon. Darum haben wir das auch hinzugefügt. Man kann hier auch draufklicken auf die Region und sieht dann direkt unterhalb dieser entsprechenden des Wochentages sieht man die PFD-Werte. Eben, jetzt ist es so, der typische Fall PFD, den wir immer wieder rezitieren, ist, wenn wir starke Thermik haben und zum Beispiel oben relativ viel Wind, also Nordföhn im Tessin zum Beispiel, dann gibt der PFD sehr hohe Werte aus. Oder häufig. Und es ist aber in Realität gefährlich zum Fliegen. Und wir versuchen eigentlich über die Farbe etwas um diesen PFD herumzugehen. und die Erfahrung zeigt, dass die Farben mittlerweile oft besser oder präziser sind als der PFD-Wert. Das ist also ein ganz kleiner Ausflug zum PFD-Thema, also potenzielle Flugdistanz. Nun gehen wir noch eins weiter, und zwar zur Erklärung der Referenzpunkte. Wenn wir uns auf der Karte das Ganze anschauen und mal etwas reinzoomen, dann sehen wir ab einer gewissen Zoom-Stufe sehen wir so ganz sanfte, graue Punkte. Das sind die sogenannten Referenzpunkte von diesen Regionen. Das heisst, man zieht aus dem Modell an diesem Punkt entsprechende Vertikalsondierungen und andere Daten, also es ist nicht nur dieser Punkt, aber ungefähr in dieser Region, und rechnet anhand von dem und eben dieses Regthermmodell rechnet man entsprechend die Thermikgüte, also einerseits die Thermikstärke über die Höhe, Basishöhe und so weiter. Wenn nun dieser Referenzpunkt an einem völlig anderen Ort ist, als entsprechend die Region, wo man eigentlich fliegen will, oder auch eine ganz andere Charakteristik hat, dann kann es sein, dass es sich lohnt, eine andere Thermikregion zu nehmen. Ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt hier in der Schweiz haben wir zum Beispiel die Glaner Alpen, die gehen hier fast vom Bodensee bis tief in die Zentralschweiz, und der Referenzpunkt ist in Lichtenstein oder im Rheintal. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir hier ganz andere Luft haben als hier. An einem guten Tag, erfahrungsgemäss, spielt das keine Rolle, weil es überall gut ist, oder fast überall. Man kann ja dann auch grosse Flüge fliegen. Aber an heissen Tagen kann es durchaus einen Unterschied machen. Dasselbe gilt zum Beispiel für Berner Oberland, das ist in der Nähe von Interlaken. Wenn ich also hier draussen irgendwo fliegen will, in der Weltschweiz, dann ist es unter Umständen sinnvoll, eben eine andere Region zu wählen, wo der Referenzpunkt näher an einem selbst ist. Und das gilt auch für das Flachland. Also wenn wir hier mal in Richtung Flachland gehen, oder zum Beispiel in diese Region hier, dann sehen wir auch, da hat es verschiedene diese Punkte, und je nachdem, wenn ich zum Beispiel eine Nordwestlage habe, dann würde ich eher die Region nehmen, als zum Beispiel die Region, wenn ich jetzt da oben fliegen möchte. Und so, denke ich, hilft das sehr gut zu verstehen, wenn man weiss, wo diese Referenzpunkte etwa sind, dann kann man die entsprechend korrektere Region wählen. Hängt unter Umständen sogar von der Richtung ab, also wenn man mehrere Punkte nahe beieinander hat, kann man den Referenzpunkt oder eben die Region wählen, die dann zum Beispiel südlicher oder nördlicher von einem ist. Wir schauen also eben, den nächsten Referenzpunkt zu nehmen, das ist fast wichtiger, als wo bin ich in welcher Region. Dann sollte der Referenzpunkt eine ähnliche Charakteristik haben wie dort, wo ich bin. Also zum Beispiel für einen Flachlandpunkt würde ich jetzt nicht einfach den Bergpunkt nehmen zum Beispiel. Und gerade bei heiklen Lagen, eben zum Beispiel Föhn, bei viel Bewölkung, bei Gewittern und so weiter, ist es unglaublich wichtig zu verstehen, wo dieser Referenzpunkt ist. Ich nehme ein Beispiel, wenn wir uns anschauen, wir gehen hier mal zurück, ins Wallis als Beispiel. Der Walliser Referenzpunkt ist in Fiesch, was ja eigentlich optimal ist. Das ist wirklich der richtige Ort. Jetzt ist es aber so, wenn wir zum Beispiel starken Nordwind haben, kann es sein, dass der Nordwind wohl hier ins Tal reinbricht, aber nicht da unten ankommt. Und dann kann es natürlich sein, dass die Thermik dann hier oben und auch der Wind hier oben ganz anders ist als da unten. Und darum lohnt es sich eben hier mehrstufig vorzugehen. Ich komme gleich darauf zurück. Wenn wir uns hier noch die weiteren Punkte anschauen, ist eben, dass die Basis dieser Thermikprognose ist das ICON-EU-Modell mit einem 7 Kilometer Abstand, also Referenzmodell quasi. Und das ist wichtig zu verstehen, es gibt also verschiedene Wettermodelle, wenn ihr zum Beispiel ein GFS-Modell nutzt oder ICMWF-Modell und so weiter, dann kann es sein, dass das durchaus zu anderen Resultaten kommt als eben das ICON. Also wenn man das vergleicht, dann müsste man schauen, dass das ICON-EU-Modell das Richtige ist oder das Referenzmodell. Und auch wichtig, für die Leute, die die Burn-Air-Wetter-Prognose schon nutzen, dort kennt ihr das, für Tag 0, also heute und 1, für heute und morgen gibt es entsprechend das ICON-D2-Modell und das ist viel feiner aufgelöst als das ICON-EU. Also es kann durchaus sein, dass man eben gewisse Täler dann nicht so genau berücksichtigen kann. Auch nochmals der Hinweis, auf 48 Stunden raus sind wir der Überzeugung, dass wir mittlerweile relativ gut dabei sind. Weiter raus ist es nur eine Tendenz. Jetzt schaue ich mal schnell auf die Fragen, was da reingekommen ist. Wir haben einerseits Conny, der fragt, warum sind die Gebiete so grossflächig gewählt. Dazu muss man sagen, dass die Gebiete oder das Regterm, wenn man so will, wurde ursprünglich für die Segelflieger entwickelt. Und für die Segelflieger ist das natürlich jetzt diese Zonen, das ist häufig einfach ein Gleitflug oder vielleicht noch einmal aufdrehen. Aber für uns sind das schon vielmal aufdrehen. Und es sind natürlich Bestrebungen im Gange, das kleiner zu machen, aber generell versucht man diese Regionen entlang dieser hydrologischen Topografie, also so wie Talwinde fliessen, da so zu machen. Und das, denke ich, sieht man überall. Wenn man uns zum Beispiel Graubünden anschaut, dann haben wir hier den Zufluss dieser Luft und der fließt dann von hier in alle Täler. Das ist also wichtig, aber wie gesagt, da sind Bestrebungen dran. Daniel fragt, kann man in Zukunft den Referenzpunkt schieben? Das wird in der Thermikprognose ziemlich sicher nie der Fall sein. Also zumindest so, wie wir das heute betreiben, wird man den nicht schieben können, weil da ganz viele Berechnungen dahinter stecken. Dann fragt StoneEater, wieso ist zum Beispiel am 14.04. im Berner Oberland der Tag gelb, aber nach dem Mittag eigentlich nur noch rot? Müssen der Tag dann nicht rot sein? Sehr gute Frage, das können wir gerne kurz anschauen, also der 14.04. Das wäre hier. Dann haben wir hier das Berner Oberland und da sehen wir, wir haben hier ab 13 Uhr rot. Wenn man das jetzt mal als Beispiel, das ist übrigens eine super Frage, als Beispiel anschaut, dann sehen wir hier oben zuerst mal grau, dann wird es gelb, kurz blau, weil die Thermik schon beginnt zu sprudeln, dann später grün und dann wechselt es auf rot. Jetzt, wenn man etwas runter scrollt, fragt es oder sagt es, was die entsprechenden Probleme hier sind. Lokale, regionale Windeffekte, zum Beispiel Föhn, man soll die Druckdifferenz und 10 Meter Karte anschauen, dann überregionaler Wind ist zu stark, man soll vor allem auch in der Höhe schauen, was los ist und dann gibt es noch allenfalls Regen oder Gewitter oder Bewölkung und so weiter, plus die Basishöhe ist etwas tief. Jetzt, wenn wir uns das kurz anschauen, dann sehen wir, wir haben einerseits Bewölkungszunahme über den Tag, wir haben andererseits hier immer mehr Wind, der weiter runterkommt und die Basis, die absinkt. Ich muss mich schnell wegnehmen, hier sinkt die Basis ab. Und somit ist das Modell relativ, sagen wir mal, vorsichtig und sagt, ab 13 Uhr ist der Wind und die ganzen anderen Parameter sind etwas am Limit. Das heisst nicht, dass man nicht mehr fliegen kann, man muss einfach besser schauen, was genau wo los ist, kann man vielleicht in einem geschützten Tal noch fliegen und so weiter. Und dann haben wir eben, wenn wir das überlegen, der Tag ist jetzt gelb, haben wir genug gelb, damit sich eine Anreise oder ein Flug von zum Beispiel zwei Stunden ausgibt, als Beispiel. Und somit ist dann eben der Tag gelb, auch wenn man ab dem Mittag nicht mehr oder nach dem Mittag nicht mehr fliegen kann. Genau. Also vielen Dank für diese Frage. Dann gehen wir schon weiter und zwar zum Thema Abdeckung. Die Abdeckung dieses Modells ist aktuell auf diese Region beschränkt, also das ist die ganze Dachregion, also Deutschland, Schweiz, Österreich, dann auch grosse Teile von Frankreich, nicht ganz bis zu jedem Küstenabschnitt, aber insgesamt reicht das. Dann Norditalien sicher, auch Bassano und so weiter ist drin, Slowenien, ein Teil von Polen und das sind quasi diese entsprechenden Rohdaten, die aus dem Rektern kommen. Der Prognosezeitraum ist eben fünf Tage, also heute plus vier gibt dann total fünf Tage. Dann kam schon vorher eine Frage im Chat bezüglich zeitlichen Updates. Die Updates werden für heute um 3.35 Uhr, 5.35 Uhr und 6.35 Uhr gerechnet, das DUTC, und für die Zukunft, also heute, sorry, morgen und übermorgen für um jeweils 3.45 Uhr und 15.45 Uhr für die nächsten vier Tage. Das würde dann bedeuten, dass wir im Sommer den letzten Lauf um 8.35 Uhr Lokalzeit haben und im Sommer auch wiederum am Abend nach 17.45 Uhr den letzten Lauf für den nächsten Tag haben. Also somit kann man etwa einschätzen, wann man das Briefing machen soll. Nun gehen wir schon in die Highlights, nämlich wir haben einerseits eben in der Thermikprognose diese 5-Tages-Prognosen mit diesen 289 Regionen über die verschiedenen Länder über 5 Tage. Wir haben diesen eigenen Algorithmus, wir haben eine sehr einfache Übersicht, wo es verschiedene Parameter reinnimmt. Es ist die Thermikstärke, Bewölkung und so weiter, die ist 100% handytauglich, man muss nicht zoomen oder irgend sowas. Man kann interagieren damit, das habe ich schon gezeigt, irgendwo drüberfahren, es wird einem Dinge erklärt. Die Referenzpunkte habe ich euch gezeigt und noch ein kleiner Ausschweifer eben zur potenziellen Flugdistanz, auch da habe ich euch den Link etwas angegeben. Und nun möchte ich noch etwas weitergehen und zwar in spezifische Fälle. Ich habe also hier noch so einen Praxisteil zusammengestellt. Als erstes möchte ich euch fragen, oder die Frage könnt ihr euch selbst ein bisschen stellen, was seid ihr für ein Thermiktyp? Nämlich, welche Thermikstärke habt ihr gern? Viele Leute sind nämlich gar nicht so extrem Fan davon, wenn es 4,5 Meter steigt, sondern sie suchen eigentlich Werte, die irgendwo im Bereich 1, 2 Meter sind, wo sie gemütlich einfach grossflächig drehen können. Und somit braucht es dann vielleicht nicht immer die 4 Meter Thermik, sondern es ist durchaus auch schön, eben an gelben Tagen auszurücken und dort das Glück zu versuchen oder Thermikfliegen zu trainieren. Dann das Thema Talwinde haben wir nämlich je mehr Thermik, das wir haben, je stärker und je höher sie ist, die Thermik, desto mehr Talwinde haben wir. Natürlich betrifft das vor allem die Alpen. Und damit, wenn ich also sage, ich habe einen super Bomben-Thermiktag mit viel Thermik und so weiter, dann ist es vielleicht nicht der ideale Tag, wo ich raus möchte, weil dann eben auch die Talwinde entsprechend stark sind. Also auch hier wieder ein Appell, eben bei Gelb kann man schon wunderbar schöne Flüge machen. Dann auch das Thema Windstärken, auch da ist erfahrungsgemäss bei unserer Kundschaft ist es so, sie mögen nichts, wenn es zu viel Wind hat. Also muss man etwas aufpassen, auch hier wieder, wenn man viel Wind hat, ist es zerrissen etc. Und dort eben ist dann sicher die hellblauen Töne, da hat es wenig Wind oder auch grün sollte wenig Wind haben, und bei Gelb muss man das Auge etwas mehr aufmachen, aber es hat ja dann auch nicht so viel Thermik, typischerweise. Dann, unserer Erfahrung nach ist, dass die Leute relativ wenig Zeit für Meteorbriefings investieren. Dann, sie möchten vor allem fliegen bei ruhigen Bedingungen, schon thermisch, aber ruhigen Bedingungen. Dann, sie sind häufig arbeitstätig und fliegen so typischerweise A- bis C-Schirme. Und die Flüge sind so bis ungefähr 150 Kilometer oder im Mittel vielleicht 50 Kilometer oder irgend so was. Also das ist so die Klassifizierung. Ich denke, das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man nämlich eben nicht so viel fliegt, aber einfach mal irgendwo einen Tag hat, wo man halt nicht arbeiten muss und so weiter, ist Gelb eben eine wunderbare Farbe, wo man sagen kann, okay, ich brauche nicht immer warten, bis es hellblau ist, sondern es sind auch die gelben Tage sind wunderbar möglich. Nun möchte ich euch noch ein bisschen über das Vorgehen erzählen, zumindest wie ich das mache. Wir haben einerseits das Erste, ich gehe auf die Thermikprognosen, schaue mir einfach mal die Farben an und so weiss ich schon relativ schnell, was Sache ist. Dann lohnt es sich fast immer auch reinzuklicken. Wie gesagt, wir haben auch graue oder sogar manchmal rote Tage, wo die Thermik super ist, aber irgendwas dagegen spricht oder mehrere Punkte dagegen sprechen und vielleicht hat man in einem Tal oder sowas ist man geschützt davon oder es ist genau dann der perfekte Tag. So typische Dinge sind eben bei schwachen Südlagen und so weiter, wo es vielleicht durch die Haupttäler Nord-Süd noch durchzieht, aber die Nebentäler sind wunderschön, da kann es wunderbare Thermikbedingungen geben. Also einerseits die Übersichtskarte anschauen, aber auch mal reinklicken. Und dann das Letzte und aus meiner Sicht wirklich empfohlen, ist dann noch die Startplatzprognose. Und wenn wir die drei Dinge machen, also Thermikprognose, die Details und dann die Startplatzprognose, dann sind wir schon relativ gut dabei. Es gibt übrigens noch separate Videos zu Startplatzprognosen. Wenn man sich noch etwas tiefer informieren möchte und natürlich, das empfehlen wir auch, dann kann man sicher noch die flächigen Prognosen anschauen, also die Wetterprognosen, wo man die verschiedenen Höhenwinde anschauen kann, die Böen und so weiter, das sehr einfach dargestellt. Dann ein weiterer Punkt, sicher die Streckenprognose, die 4D-Streckenprognose, ganz neu, die haben wir seit wenigen Monaten, glaube ich, zwei Monaten oder so, ist das öffentlich, wo man wirklich einen Streckenflug vorplant und dann das Wetter für den Tag, für diese Strecke, für diese Uhrzeit anschauen kann. Man sieht das gut hier an diesem Beispiel, wo man sieht die verschiedenen Windpfeile, wo man sieht, unten hat es wenig Wind und oben zunehmend wäre jetzt zum Beispiel ein schöner Flugtag. War der Flugtag von gestern, Ostermontag in Prettigau, wo ganz viele dort schöne Flüge gemacht haben. Und als letztes, und das ist noch ein kurzer Ausflug wert, das Thema Previtemp. Es ist nämlich so, dass wir einerseits haben wir diese Thermikprognosen, die Thermikprognosen sind sehr einfach, sehr schnell durchschaubar und so weiter, aber manchmal möchte man deutlich mehr Infos haben. Man möchte quasi wie ein Wetterballon an einem bestimmten Ort platzieren können und dort schauen, was genau dort die Luft macht. Das möchte ich euch kurz zeigen. Wir können dafür hier auf den Previtempfinger gehen und können irgendwo den Previtempfinger platzieren oder wir vertrauen auf die Punkte, die wir bereits hinzugefügt haben. Diese blauen Punkte kann einfach auf die blauen Punkte klicken und dort dann zum Beispiel eben so ein Previtempf, ich nenne das immer hochziehen. Wenn wir uns das kurz anschauen, gehen wir kurz zurück auf gestern, dann haben wir hier, sehen wir auch wieder eine ähnliche Struktur. Wir haben unten die entsprechende Uhrzeit, wir haben die Vertikale auf der linken Seite und eben die Temperaturgradienten. Das ist nicht dasselbe wie Thermik, darf nicht verwechselt werden, weil Thermik brauchte noch Sonneneinstrahlung und das ist in den Gradienten natürlich nicht drin. Aber es gibt ein besseres Gefühl, wenn man noch etwas genauer wissen will, wie ist es exakt in diesem Tal. Also wie ist die Schichtung exakt in diesem Tal. Wie gesagt, einerseits kann man diese blauen Punkte nutzen oder auch den Finger, um den irgendwo hinzuziehen und dort zu schauen, wie ist dort der Wind, wie ist dort der Temperaturgradient etc. Und das wirklich als kleiner Exkurs in Richtung noch mehr Meteodaten. Dann möchte ich nochmals zurückgehen und zwar zu konkreten Beispielen. Ich möchte hier euch fünf Fälle zeigen. Der erste Fall Tessin, 7. Januar. Wenn wir uns das kurz etwas genauer anschauen, dann müsste euch einiges auffallen. Schaut euch mal kurz diese Grafik an. Ich hoffe, ihr seht hier mal, was sicher auffällig ist, sind diese Violetten oder Rosa Streifen. Das sind entsprechend die Inversionen. Das heisst, dieser Tag, da haben wir unten so auf 2000 Meter oder sowas, haben wir hier entsprechende Inversionen. hier in dieser Zone. Dann sehen wir, oben hat es gute Thermik. Das müsste für euch heissen, wir haben den Startzeitpunkt, der ist irgendwo hier, irgendwo so 10,5,11 und hoch. Also hoch sollte man starten, in dem Fall. Also die Starthöhe hoch, weil wenn ich nämlich hier unten starte, also unter 2000 zum Beispiel, dann bin ich einfach in dieser invertierten Schicht und komme da nicht weg. Also wenn ich an diesem Tag fliegen gehe, ist ja gelb, dann muss ich entsprechend hoch starten. Da gibt es übrigens einen tollen Artikel von unserer Seite, der heisst im Herbst hoch fliegen, wo man das etwas erklärt, warum und wie man das genau sieht, aber die Kunst eigentlich ist ganz einfach, kurz in diese Prognose zu schauen, zu sagen, okay, toller Tag, hoch starten. Dann, nächstes Thema, wir haben hier Schwarzwald, 24. April, das letzte Jahr, da haben wir zum Beispiel relativ starke Thermik. Der Tag ist zuerst mal gelb, dann grün, dann hellblau, dann wieder grün, dann grau und dann rot. Und ihr seht, was das Problem ist, der Wind greift immer tiefer rein. Hier. Und das Problem ist dann, wenn es viel Wind hat, also zu viel Wind oben, gerade auch im Schwarzwald als Beispiel, dann kann es sehr unangenehm werden. Darum wird der Tag gegen Ende des Tages dann abgewertet. Also Startzeitpunkt so früh wie möglich, vielleicht um 11, also hier beginnt es glaube ich um 10.30, ist es dann grün. Starthöhe spielt eigentlich nicht groß eine Rolle, weil es zieht über die gesamte Höhe gut durch, potenzielle Flugdistanz, ich kann eigentlich die ganze Zeit bis sagen wir mal 4 Uhr oder so nutzen, muss einfach etwas den Höhenwind im Auge behalten. Dann haben wir Fall 3, dort sehen wir auch, wir haben etwas schwächere Bedingungen und oben deutlich besser, wir haben aber keine Inversion in dem Sinne. Wir haben aber um ungefähr 1000 Meter, also hier, haben wir schwache Thermik. Das bedeutet auch hier wieder, entweder ich starte spät, also hier, wenn überhaupt, oder eben wieder hoch. Natürlich, ich kann auch unten starten, darf aber dann nicht erwarten, dass ich bis nach oben durchkomme. Gefahren in dem Sinne gibt es hier keine, es ist einfach so, dass es oben drin, also auf über 3000 hat es deutlich Westwind und das kann natürlich sein, gerade in Kammlagen, dass also bei solchen Höhen, dass es dann entsprechend turbulent wird. Das sieht man also sehr gut an diesem Fall 3. Dann haben wir Fall 4 im Oberwallis, 9. August. Was man hier sehr schnell sieht, ist ein ganz, ist ein guter Tag eigentlich. Es hat leichte Nordwestwind, nicht stark, aber leichter und durch das, dass die Thermik stärker ist, also es eine gewisse Konstanz hat, ist es so, dass unser Algorithmus dann rechnet, dass die Thermik den Wind etwas nach oben ablenkt und somit es eben sichere Bedingungen gibt. In dem Fall hat es dann hellblauen Tag gegeben und das war in dem Fall jetzt auch ganz richtig. Dann haben wir noch den letzten Fall, Graubünden, 29. April. Hier sieht man sicher gut, wenig Thermik, viel Wind oben drin, auch Bewölkung am Anfang des Tages, auch sieht man hier noch die Bewölkung über den ganzen Tag und die Gewitter. Und somit gibt es dann hier unten ganz viele Hinweise, Dinge, die darauf hinweisen, dass eben dieser Tag trotz hohem PFT, also das glaube ich 50 oder 60 oder sowas, trotz hohem PFT, also potenzieller Flugdistanz, ist dieser Tag sicher kein guter Flugtag. Und so sind eigentlich diese fünf Fälle eine spannende Geschichte. Jetzt eine Frage ganz am Anfang war noch, ja, was brauche ich dafür für ein Abo? Das Abo ist wie gesagt dieses Burn & Map Premium Abo, wo die Thermikprognosen sind, drin sind die XC-Planung, auch die 4D-Streckenflugprognosen, die Previtems und so weiter und so fort. Und nun würde ich noch deutlich tiefer auf die Fragen eingehen. Ich bin also bereit für Fragen, ihr könnt die einfach in den Chat tippen und ich werde die versuchen zu beantworten. Also, Günther fragt, das eigene E2 ist in der Wetterprognose integriert, wäre es möglich diese auf Stunden- oder Zwei-Stunden-Basis zu sehen? Ja, es gibt schon Bestrebungen, das etwas zu verfeinern, aber ich möchte jetzt nichts versprechen oder erklären in Zukunft, wie das sein wird, was man sicher sagen kann, ist, dass wir daran arbeiten. Das kann man sicher so sagen. Dann, Nico fragt, kann man mit der App auch gezielte Berge anschauen? Nicht mit der Thermikprognose, dort würde man eben Startplatzprognosen wählen oder auch den Previtempfinger, den man dann auf diesen spezifischen Berg schieben kann, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass der Previtempfinger tendenziell eher ins Tal positioniert werden muss, wenn es wichtig ist, dass man die Temperaturgradient versteht. Wenn man nur den Wind anschauen will, ist der auch wunderbar, super, wenn man den in die Berge zieht. Aber grundsätzlich die Thermikprognose ist eine regionale Prognose, ist auch vom Rechenmodell her viel, viel grösser gerechnet als eben ein spezifischer Berg. Dann eher fragt, wird man das zukünftig erweitern. Auch da, ja, wir sind an solchen Themen dran, auch hier möchte ich nicht allzu viel versprechen jetzt, aber wir sind dran, wir sind sicher sehr, sehr aktiv an diesen Themen dran. Nico fragt noch, ist es möglich, die App auch auf iOS zu bekommen? Selbstverständlich, die ist bereits seit mehreren Jahren auf iOS verfügbar, wenn wir uns das hier schnell anschauen, das ist die App von iOS, also hier direkt drauf Burn & Map und dann entsprechend das selbe, wie es auf Android auch ist. Es ist allerdings so eben, wenn du von der Go-App sprichst, dort sind wir aktuell, das kann man glaube ich sagen, tief in der Entwicklung für die zukünftige Go-App für iOS. Dann gehen wir zurück, was sagt Previtemt der Boundary Layer schwarze Linie aus? Das ist übrigens spannend, das kann man neu einfach hier drauf und kann dann hier drüber fahren und dann kommt entsprechend ein Hinweis, was das genau ist. Auch da gibt es im Help Center einen Erklärungstext dazu. Hängt der Breitbandfunker fragt, hängt der Temperaturgradient und der Steigwert nicht unmittelbar zusammen? Gut beobachtet, er hängt sicher neu zusammen, es ist allerdings noch etwas komplexer, eben damit spielt noch rein, es spielen viele Faktoren rein, zum Beispiel Wind spielt da noch mit rein, es spielt die Feuchtigkeit noch mit rein, es spielt die Einstrahlung noch mit rein, und so weiter, der Untergrund spielt noch mit rein, also es ist etwas komplexer als einfach der Temperaturgradient, aber ja, man kann aus dem Temperaturgradienten unglaublich viel herauslesen, da hast du völlig recht. Beim XC-Planer 4D wird dabei der Gegenwind etc. für den Schirm berücksichtigt, wenn man die Gleitzel vom Schirm nicht kennt, kann man ein Feld im Trimstreet hinzufügen, nein, das wird nicht berücksichtigt, wobei wir mit einer Gleitzel im Schnitt mit 7,5 rechnen, und das entspricht etwa dem, was wir in Standardschirmen haben, also könnt ihr das einfach so annehmen, Gegenwind wird allerdings nicht berücksichtigt, das heisst, wenn ihr dann seht, in der 4D Streckenprognose habt viel Gegenwind, dann müsst ihr entsprechend mit deutlich schlechteren Gleitzahlen richten. Thorsten fragt noch, kann man von der Basic-Version auf die Premium-App updaten, ja, das kann man, indem man das einfach die Premium bestellt und dort Upgrade reingibt, was wir dann machen ist, wir nehmen die verbleibenden Tage des Basics, rechnen das finanziell um auf das Pro und verlängern das Pro, es ist dann länger als ein Jahr, genau, einfach bei den Kommentaren, bei der Bestellung entsprechend Upgrade reinschreiben. Super. Gerne stehe ich noch für mehr Fragen zur Verfügung, möchte noch kurz einen Ausblick geben, und zwar haben wir einerseits Burnout.tv, dort gibt es ganz, ganz viele Videos, wo wir Dinge erklären, also zum Beispiel eben auch Thermikprognosen oder andere Funktionen und so weiter, also das erklären wir dort auf Burnout.tv, dann gibt es das Helpcenter help.burnout.cloud, da gibt es mehrere hundert Artikel, könnt ihr oben einfach die Frage eintippen und dann kommen die Vorschläge, dann möchte ich hinweisen auf ein weiteres Webinar, und zwar ist das bereits in Kürze in Brigg, also ist in Wallis und das wird das erste offizielle Webinar sein, wo wir Hybrid fahren, also einerseits vor Ort in Brigg kann man dabei sein, andererseits hier live auf YouTube, und mit dabei ist auch Chris Fromm, der wird einen Gastvortrag machen, und zwar zum Thema Streckenfliegen im Wallis, er fliegt sehr, sehr viel Strecken dort im Wallis, wird etwas über Talwinde sagen und auch über die typischen Streckenflüge, das findet ihr dann auch, wenn ihr den entsprechenden YouTube-Kanal abonniert oder auf der Burnout Webseite euch für diesen Event anmeldet. Dann haben wir noch ein paar mehr Fragen, und zwar haben wir noch die Frage von Andreas, wie aktuell sind die Daten zum Luftraum, die sind hoffentlich sehr aktuell, die machen wir alle eine Stunde, gibt es da ein entsprechendes Update. Gibt es eine Legende, wo man die Windgeschwindigkeit der Farbe zuordnen kann? Ja, selbstverständlich, einerseits auf help.burnout.cloud, oder aber auch, wenn man hier in der Wetterprognose reinzoomt, dann sieht man die entsprechenden Werte, also die Geschwindigkeiten sieht man direkt schon hier drin und kann so die Farben auch direkt interpretieren. Daniel fragt, ist Burner Map, irgendwann wird das auch mal übersetzt, auf Französisch oder Englisch, da kann ich die Antwort geben, ja, das wird mal kommen, wir sind zum Anschauen, ich kann es nicht versprechen heute und morgen, weil der Aufwand ist sehr, sehr gross, aber es ist sicher bei uns relativ hoch auf der Liste. Dann, der Mountain Man fragt, berücksichtigt ihr die jahreszeitbedingte Oberfläche, Farbe? Ja, das wird stark berücksichtigt, nicht nur die Farbe wird berücksichtigt, aber eben auch zum Beispiel Schneeoberflächen und so weiter, ja, das wird sehr, sehr stark berücksichtigt, ja. Gut, super, das zum Thema Live-Tracking, denke ich, mache ich jetzt nicht einen Ausflug, sondern das ist eine separate Geschichte, aber ich denke, das ist dann ein nächstes Thema, dass wir gerne etwas darüber berichten. Und ansonsten möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei euch für die Teilnahme, wünsche euch natürlich jederzeit happy Landings, freue mich riesig über Feedback, einerseits via support.brunner.cloud oder auch hier im Chat, wie auch immer, freue mich riesig über Feedback und aber auch natürlich über neue Ideen und wie ihr wisst, wir implementieren sehr, sehr viel, die ganze Zeit sind die Entwickler dran und wir arbeiten sehr, sehr stark an neuen Funktionen. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis bald einmal. Vielen Dank.